Charles Bukowski Grundausbildung Ich wusste, dass mein Verstand im Kreis lief und sich selber in den Arsch biss. Ich gab meinem Affen Zucker, näherte meine Vorurteile. Einsamkeit war mein Trumpf. Ich brauchte sie, um meine Realität aufzuplustern. Nichtstun war mir wirklich wichtig. Es war meine Droge. Für mich allein sein war mein Asyl. In einer Stadt fand ich einen verlassenen Friedhof, wo ich in den Mittagsstunden meinen Kater ausschlief. In einer anderen Stadt saß ich stundenlang an einem dreckigen, stinkenden Kanal, ohne auch nur nachzudenken. Ich brauchte Stunden, Tage, Wochen, Jahre für mich allein. Ich suchte mir kleine Zimmer, in denen ich hungerte. Ich verstand, mit wenig Geld sehr lange auszukommen. Der Zeit opferte ich alles und dem nicht dazugehören. Mein Essen bestand im Allgemeinen aus einem Schokoriegel täglich. Eine Flasche billiger Wein war das Teuerste, was ich mir leistete. Ich rauchte selbstgedrehte und schrieb hunderte Short-Stories, die meisten in Tinte mit der Hand. Die Schreibmaschine war öfter beim Pfandleiher als bei mir. Um die Menschen zu studieren, pflanzte ich mich auf einen Barhocker und schnorte Drinks. Mit 1,83 brachte ich oft nur 65 Kilo auf die Waage, stockbesoffen. Ich war der original dünne Mann mit der Meise unterm Pony. Unglücklich war ich nicht. Ich genoss förmlich meine Armut. Hungern ist nur in den ersten zwei, drei Tagen schwierig. Danach kommt man in einen merkwürdigen Rauschzustand. Treppen schwebt man runter. Das Sonnenlicht wird sehr hell. Geräusche werden sehr laut. Die Wahrnehmung verschärft sich. Sie verschärft sich, statt nachzulassen. Feiertage und weltbewegende Ereignisse waren für mich ohne Bedeutung. Ich wusste zwar nicht genau, was ich wollte, aber ich war relativ gesund. Und mit dem Alleinsein hatte ich kein Problem. Das Problematischste waren meine Zähne. Unerhörte Zahnschmerzen machten mir zu schaffen. Ich wischte den Wein im Mund rum und rotierte durchs Zimmer. Die Zähne lockerten sich. Ich konnte mit den Fingern dran wackeln. Manchmal hatte ich dann einen Zahn in der Hand. Schon seltsam. In den Bibliotheken las ich neben vielem anderen die Literaturzeitschriften. Und es verblüffte mich, was so als Edelschreiberei durchging. Farbloser Mischmasch unter glatter Oberfläche. Es gab nichts Gewagtes, kein Licht, kein Spaß. Ich las die Klassiker, die Werke der alten Berühmtheiten. Und mir zumindest schien die Literatur vergangener Jahrhunderte mit wenigen Ausnahmen voller Lügen, Protz, Prahlerei und Taschenspielertricks. Ich wusste nicht, was ich tat. Und ich wusste es doch. Ich konzentrierte mich mehr darauf, wo ich hinwollte. Im Laufschritt näherte ich mich meinem Hausgott. Einfachheit. Je dichter und kleiner die Form, desto weniger lief mein Gefahr, Fehler zu machen oder zu lügen. Genie war vielleicht die Fähigkeit, Tiefes mit einfachen Worten zu sagen. Worten waren Geschosse, waren Sonnenstrahlen. Worte durchbrachen die Finsternis und die Verdammnis. Ich spielte mit Worten. Ich versuchte Absätze zu schreiben, die sich von oben nach unten genauso lasen, wie von links nach rechts. Ich spielte. Zeit zum Spielen ist wichtig. Ich spielte jahrzehntelang und fand sehr wenig Anerkennung. Die Zeitschriftenmacher hielten mich wahrscheinlich für verrückt, besonders wenn sie lange, handgeschriebene Manuskripte von mir bekamen. Ein Typ schrieb mir zurück, was soll der Scheiß? Mit gutem Grund vielleicht. Und auf meine Art war ich verrückt. Oft zog ich sämtliche Rollos runter und blieb eine Woche lang im Bett. Und einmal hörte ich wen sagen, Helen, kennst du den Mann in der Dritten? Der hat nix als Weinflaschen im Müll. Und er sitzt im Dunkeln und hört Musik. Ich muss sehen, dass ich den loswerde. So was wie Frauen, Autos und später das Fernsehen kam in meinem Leben kaum vor. Frauen hin und wieder schon. Ganz selten mal, aber nicht die feinste Sorte. Du bist der erste Mann ohne Fernseher, den ich kenne. Quatsch nicht, Baby, lass mich bein sehen. Nach Jahrzehnten kleiner Zimmer, Parkbänke, schlimmster Jobs, schlimmster Frauen kam endlich was von meinen Texten an. Hauptsächlich bei kleinen Zeitschriften und Pornomagazinen. Die Pornohefte waren für mich ein toller Abnehmer. Man konnte schreiben, was man wollte. Je direkter, desto besser. Und endlich Einfachheit und Freiheit zwischen hochglänzenden Mösenfotos. Mit der Zeit drang ich weiter durch, auch zu einigen angeseheneren Zeitschriften. Sogar Bücher von mir kamen auf den Markt. Aber ich glaube, meinem Stil, meiner Methode bin ich treu geblieben. Ich mag spitze Steine in meinen Sätzen, schräges Lachen, Rülpser, Fürze. Ich ärgere zwar immer noch die Leute, aber ich schreibe nicht, um die Leute zu ärgern. Das geht so leicht. Voriges Jahr hat uns die Mutter meiner Frau besucht, die nur zehn Jahre älter ist als ich. Als ich eines Abends von der Rennbahn nach Hause kam, las sie in einem meiner Bücher. Ich habe ihr das gegeben, sagte meine Frau. Wozu, frage ich. Meine Schwiegermutter spielt gern Scrabble, löst Kreuzworträtsel und sieht am liebsten Mordes ihr Hobby im Fernsehen. Ein paar Tage vergingen. Wir brachten sie zum Flughafen. Eine Woche ging hin. Wie hat deiner Mutter das Buch gefallen? habe ich meine Frau gefragt. Meine Frau ist eine gute Schauspielerin. Sie legte ein empörtes Zisch in ihre Stimme. Warum muss er solche Ausdrücke benutzen? Sehr wahrscheinlich meint sie damit den Dialog, aber die Sätze dazwischen haben mir sicher auch missfallen. Spröde, rissig, wackelig, stügisch. Nicht gerade wie von Shakespeare. Ich hatte beharrlich in den feuchten Höhlen gewerkelt, damit das so wird, dass es sie abstieß, sah ich als Bestätigung an. Hätten ihr meine Sachen gefallen, hätte ich mir Sorgen gemacht und befürchtet, ich sei weich geworden, den Weg der Praktiker gegangen. Ich hatte eine lange, beschissene Leerzeit absolviert. Ich wollte die Fallen umgehen und durchhalten. Ich wollte an der Maschine sterben, mit einer Flasche Wein zur Linken und vielleicht Mozart aus dem Radio zu meiner Rechten. Ich wollte noch mal sehen. Vielen Dank. Tschüss. 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 - Vielen Dank.